Bald sehen die Hater mich im Geld schwimmen, ey. Man setzt sich mich an neue Tracks, wird's, ey. Sitz-Buffi an der MPC, wird's, ey. Und wir wollen nix mit dir zu tun haben, tsch, ey. Wenn ich was mach, dann mach ich's richtig. Richtig, 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 richtig. Love my life. Ja, ich kann... Love my life. Er hat wieder diese überkrasse Kompression drauf. Love my life. Er geht so richtig nah. Okay, Gunner, ich befürchte ja wieder, dass ich jetzt hier zum Boomer werde. Weil Gunner ist bestimmt irgendeine krasse UK-Legende. Irgendein krasser Typ, den man kennen muss. Und es ist über das krasse Feature und richtig krass. Und ich kenn ihn null. Ich kenn ihn null. Oh je. Da kommt's schon. US-Legende. Größtengrade, ja. Oh je. Oh je, ich bleib mich echt direkt. Gunner ist einer der Größten im Moment. Scheiße. Guck mal, ich zeig euch was. Ne, die zeig ich euch nicht, wenn sie fertig ist. Ich hab letztens wieder eine Playlist angefangen. Und hab so auf Spotify alle Songs von früher, die ich höre. Ich hab wirklich oft versucht, neue Mucke zu hören. Und es gibt so ein paar Dinge, die ich neu höre, die ich cool finde. So mal was von Wiz Khalifa oder Kendrick oder so. Aber ich fühl's nicht. Ich werd immer wieder, ich werd hängenbleiben. Und ich weiß, dass das, das ist dumm. Und das ist eingeschränkt sein. Und das ist nicht mit der Zeit gehen. Und ich steh mir damit selber im Weg. Und das ist kontraproduktiv für mich. Und ja, es ist so. Aber ich kann nichts, wenn mein Herz was anderes sagt, Digga. Schau mal Top-Kommi bei dem Video. Gänsehaut ein Eier in. Sie ist Holy. Genau, ist auch mein Partner. Dieses Video wird euch präsentiert von Holy. Könnt ihr gerne mal in die Beschreibung gehen. Ich hab heute nur den grünen Tee da. Aber mein Schrank ist voll mit anderen Teesorten. Es gibt ganz viel. Es gibt Energydrinks. Es gibt alles, was ihr wollt. 100% vegan. Unter 1 Gramm Zucker. Link in der Beschreibung. Rabattcode. Auschecken. Ciao. Er sieht aus wie Lil Wayne hier hinten, Digga. Krasser Beat. Krasse Drums. Krass. Eigentlich voll die Standard-Drums. Aber knallt anders. Das ist für mich so Vibe-Musik. Also die kann ich nicht immer hören. Ich find, das geht voll ab. Ich sag dir ganz ehrlich, ich mag die 808. Ich bin auch ein Fan von der Snare-Drum. Die klingt sehr schön. Die klingt irgendwie rough. Ich mag wirklich den Klang von dem allen. Ich mag den Grind von dem Song. Das ist halt nicht so diese Mucke. Ich kann sagen, das geht ab. Aber das ist jetzt so, das hittet mich nicht so. Wie es euch wahrscheinlich hittet. Andi, gehst du? Ich liebe dich. Ciao Andi. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Ich glaube, ich bin auch wirklich so ein Späthünder. Ich bin so ein richtiger Nachzügler immer bei sowas. Ich brauch das so lange, bis ich das irgendwie, vielleicht in fünf Jahren oder drei Jahren sitze ich hier und denke mir, das ist der krasseste Song überhaupt so. Für mich ist das, das ist so, das ist für mich einfach so, das ist so irgendwie, hat es für mich nichts. Ja, kommt ganz geil rein. Eigentlich geht's voll ab, aber irgendwas stört mich. Und deine Brute sind alle, ah, deine Brudis sind alle, Max. Den Hund da weg. Nice gefloot. Ich sag da nicht viel, ich lasse es jetzt durchlaufen, dann mache ich Feierabend. Ich kann da gerade irgendwie nichts zu sagen. Das ist... Forbes-List Er sagt Forbes-List Scheiße Honey Money What's my life? sorry ist mir gerade schwer gefallen immer am schütteln dicke der beat könnte von scott deutscher du hast voll recht jetzt gerade wo du sagst das könnte schon zu sein